ein herzliches willkommen zu einer neuen folge von fernbus simulator und zwar fahren wir heute von magdeburg nach wolfsburg und ich würde sagen wir starten indem wir erstmal hier die türen öffnen und die luken öffnen dann geht das einchecken los ich glaube wir müssen uns aber erst einloggen so ok dann dann machen wir weiter guten tag fahren sie in meine richtung jawohl auf geht's ciao das ticket mit tschau dreht sich mein ticket danke jawohl und du guten tag ich würde gern ein ticket kaufen ah ja da müssen wir mal eben schauen hier dann du bin ich hier richtig nein ich hoffe ich bin hier richtig so will habe ich denn jetzt alle schon die alle alle schon drin jetzt ich hab wohl meinen bus verpasst tag fahren sie in meine richtung nein ja moin fahren sie in meine richtung cool jo die will da sind noch zwei und du malzeit bin ich hier richtig danke gut ihr drei habt leider den falschen bus das heißt wir machen hier klappen zu hier so steigen wir ein setzen uns hin machen hin die türen zu zündung starten motor starten durch sein auf geht's so allgemeines warten hier sowieso um 11 u 26 in wolfsburg sein ich ich habe nämlich vor mich jetzt langsam mal richtung westen zu begeben und wolfsburg ist da gar nicht so schlecht und wolfsburg dann aus nach paderborn und so weiter dortmund essen habe ich so vor mal in so ein bisschen ins westliche zu fahren ins ruhe gebiet nach nordrhein-westfalen vorausgesetzt wir kommen irgendwann mal weiter da kommt schon kann doch nicht realistisch sein so was das ist das ist vor der TS die vor 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 Vielen Dank. Ah, ist wieder mal rot. Ja, ist ja gut. Ja, ich bin froh, wenn ich nicht auf der Autobahn bin. Ah, ist ja gut. Jede Ampel ist rot, man kennt's. Ich bin froh, wenn ich nicht auf der Autobahn bin. Gibt's doch gar nicht. Ja, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, wenn ich nicht auf der Autobahn bin. Ich bin froh, wenn ich nicht auf der Autobahn bin. Ich bin froh, wenn ich nicht auf der Autobahn bin. Ich bin froh, wenn ich nicht auf der Autobahn bin. Ich bin froh, wenn ich nicht auf der Autobahn bin. So, links herum sind wir doch schon fast auf der Autobahn, oder? Hoffe ich doch. Choriac, Octane, Octane. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn die Autos nicht lizenziert sind, die Marken. Choriac, Octane. Perfekt. Absolut. Absolut. Das war's für heute. Das hat wenigstens mal aufgehört zu regnen, da ist schon mal was. Das war's für heute. Leipzig, Hannover. So, so. Komm, gib Gas. Ich will auch noch drüber. Danke. Danke. Ach, scheiße. Was ist hier rechts? Mein Nagel ist angerissen. Ach Gott. So. So, da kommen wir endlich auf der Autobahn. Wunderbar. So. 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 Links rüber. Tempomat. So. 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 Jetzt aber. So. 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 Ich würde sagen, der nächste Rastplatz gehört an uns. will dann erstmal eine Pause machen. so. 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 thought. So. 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 ich hasse baustellen klar muss gemacht werden sich auch alles ein aber kann man die nicht nachts machen wo ich kaum verkehrs das ist halt einfach alles zu langsam irgendwie weg danach ich könnte jetzt eigentlich auch bis durchfahren ist jetzt auch nicht mehr soweit jetzt noch 30 kilometer gleich da haben wir denn da und die zehnte LKW auch ob sie den anhalten wollen in ziehen sie doch bestimmt raus und für die der sie hinterher hinterher geistern von es war schön locker flog ich dann vorbei guck mal was passiert ich verhundert ich bin falsch gefahren das heißt sie müssen gleich noch einmal drehen nützt ja nix dann fahren wir einfach mal eben hier runter dann einmal links sowieso grün dann fahren wir die nächste auffahrt wieder drauf gar kein thema guck mal ein vw typhoon ach ich liebe es ein vw typhoon das auto komm typhoon gib gas oh kurz die mit ihren handys macht die auf lautlos echt jetzt mal das stört beim fahren doch hier geht es nach vor spuk die dazu blöd bauen tschuldigung 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 so 17 km noch 11 uhr 31 sollen wir da sein so 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 willkommen in wolfsburg sehr sehr schön auch ein bisschen zu schnell war ich habe vorfahrt ich glaube ich bin ich habe vorfahrt dachte ich eigentlich so wie sind wir Wolfsburg sehr sehr schön den Motor aus so öffnen die Türen natürlich auch so öffnen natürlich andere Seite lassen wir mal lieber so das war es bis hierhin nächste Woche dann bzw. im nächsten Video fahren wir dann von Wolfsburg weiter gen Westen wenn es euch bis hierher gefallen hat lasst einen Daumen nach oben da wenn nicht macht mir immer gar nichts bleibt sauber bleibt mir treu passt auf euch auf tschau servus und tschüss euer der denis spieters ich mache so ein schönes Foto äh äh speicher das ganze hier äh äh genau so loggen wir uns noch kurz aus dann schauen wir uns noch kurz die Auswertung hier an das sieht doch gar nicht so schlecht aus und Pünktlichkeit ok haben wir wohl erreicht ja äh Gas Regeln sag schön ja äh wir sind mittlerweile auf Level 3 aufgestiegen ich finde das sehr schön ähm wie gesagt nächste Woche geht es dann bzw. im nächsten Video geht es dann von Wolfsburg weiter gen Westen wir haben hier noch einiges vor uns ähm wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen nach oben da wenn nicht macht mir immer gar nichts bis zum nächsten Mal euer der denis spieters haut rein macht's gut tschau servus und tschüss bei 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 tschüss Untertitelung des ZDF, 2020